Hier. Was denn? Ich habe vergessen, Aufnahmestart zu drücken. Ups, ups. War so spontan. Ich würde es halt wirklich so nach den Vorlagen machen, bevor ich da an jedem Ding einzeln rumbastle, nämlich. Weil sonst sitze ich morgen nämlich noch da. Entschuldigung, ich habe Aufnahmestart vergessen zu drücken. Du musst mir einfach irgendeine Nase sagen, die hier vielleicht so halbwegs passen würde. Oder die du möchtest. Mhm. Geh mal ganz nach oben. So fast ganz nach oben. Mhm. Die zweite Reihe, die rechte, klick da mal drauf. Kleine Stups, Näschen. So. Die sieht immer noch sehr misshandelt aus, weil du vorher sehr viel drum rumgedoktert hast. Nee, nee, das Rumgedokterte ist jetzt dann automatisch weg, wenn ich da drauf drücke. Das ist eine Vorlage. Ja, die würde ich eigentlich mit sagen, passt mit am besten. Okay. Ähm. Dann, warte mal. Wie kann ich eigentlich die Hautfarbe ändern? Mal so ernsthaft. Äh, ich glaube, äh, die Körper, warte. Mehr so in die Richtung? Ja. Okay. Oder das? Du bist wieder blau. Nee, Quatsch. So, okay. Ich bin blau. Wir machen hier oben weiter. Ähm, Gesicht. Ähm. Warte, die Nase haben wir im Mund. Welcher davon würde dir gefallen? Ähm, oben schmaler, unten breiter. Ich habe recht, obenförmige. Oben schmaler, oben schmaler, unten breiter. So was? Mhm. Ähm. Hm. Das hier, würde ich sagen, oder? Ja. Okay. Dann, ähm, Augenbrauen. Hautdetails, ah. Wir bleiben erst mal auf den Augenbrauen. Also erst mal, welche Haarfarbe hast du? Rot, oder? Rot, ja. Und die Augenbrauen? Äh, normal, also braun. Also, ja, hellbraun. So hellbraun, okay. Gezupft, oder irgend so was? Gar nicht. Gar nicht, also so. Ich habe von Natur aus perfekte Augenbrauen. So in etwa, oder? Nee, das ist schon ganz schön krass. Geh mal weiter hoch. Ja. Hm. Gar nicht so leicht. Ja, eben. Ich kann Sims erstellen, auch nicht so. Oh Gott. Geh mal ganz nach oben. Ja. Ähm. So ein Balken, oder? So was? Äh, zweite Reihe, die ersten. Ich versuch sie mal. Ja, die kommen mit am realistischsten dran. Okay, dann würde ich sagen Augen. Augenfarbe. Ich habe Pluppe Augen. Grün. Grün, ey, wie ich? So hellgrün, oder so ein dunkel? Ja, ich habe so ein dunkelgrün. Ich habe recht helles Grün. Also recht hell würde ich eher das Grün hier nehmen, das ist ein bisschen heller. Ja. Äh, Glubsch, ey, hast du das mit Glubsch Augen ernst gemeint? Ich habe recht große Augen, ja. Meine, äh, meine Mama sagt immer, ich habe coole Augen. Hm. Ich gucke gerade mal so ein bisschen durch, was es ein bisschen gibt. Oh. Warte. So. Oder doch eher so. Aber ich kann die Augengröße gar nicht so verändern. Oh Gott. Oh Gott. Mit den Augen wackeln anders, ist ja gemeint. Oh ja. Ich gehe mal wieder zurück, so auf die Einstellung, die ich gerade eben so ein bisschen hatte. Äh, irgendwo große Augen. Ich klicke einfach mal durch. Ja. Ja? Also, ähm, wel, 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 wel? Eins weiter. Genau. Die, äh, zweite Reihe, auch das erste, versuch die nochmal. Die hier? Die schauen aber irgendwie so tief drin aus. Ich kann die drehen. Was kann man denn da alles? Guck mal, ich kann die Augen drehen. Ah, guck mal, da kann ich die Augengröße machen. So ein bisschen größer? Nicht so sehr, ein bisschen. Warte, äh, das ist ganz schwierig. So? Ja. Okay. Haben wir noch was im Gesicht? Hä? Das ist so ein bisschen komisch aussieht, das passt schon. Ich habe auch, äh, immerhin so Augenringe, das passt schon sehr gut. Okay, ähm, das Gesicht, äh, ja, ich würde mal sagen, das Gesicht ist halt ein Gesicht. Wir könnten nur noch ein bisschen, ich glaube, die Wangen und sowas ändern, gell? Ich meine, ja. Also, wir können ein Bäckchen geben, wir können dünn machen. Aber ich glaube, ein bisschen rundlicher, oder? Würde ein bisschen natürlicher ausschauen. Ja. So. Gut. Gehen wir mal die Haare. Ich weiß, du hast ja die erst rot gefärbt. Mhm. Äh, möchtest du, hast du kurze, mittel oder lange Haare? Oder Hochsträger? Ich habe, ich habe mittellange Haare. Also mittel. Ja. Oh, schau mal, die ist sowas schon cool aus. So mehrfarbige Haare feiere ich immer so, wenn es wie hier so ist und so ein Schwarz, so ein Farbverlauf drin ist. Mhm. Auch das verstehen hier unter mittellang? Das ist mittellang. Also, je lang wäre dann, keine Ahnung, so schulterlang. So wie es ausschaut. Ups. Okay, ja, dann eher lang. Eher lang, okay. Sag mir mal eine Frisur. Wow, die ist schön. Die Frisur, die ich gerade habe? Ja. Gibt auch noch andere Frisuren? Das finde ich so ein bisschen schulterlang. Ich habe einen Seitenscheitel. Das ist ein Seitenscheitel. Ähm. Schwierig. Mhm. Ich sehe schon. Ähm. Nee. Also meistens habe ich einen Dutt oder einen Pferdeschwanz oder ich die Haare so wie du sie da einmal hattest. So? Pferde? Ja. So. Okay, dann machen wir es so. Mhm. Dann haben wir das. Oder wir wissen noch was anderes. Aber wir waren schon fast ganz unten. Ich kann dir noch einen Dutt geben. Aber ich finde das... Zeig mal, was du so einen Dutt hast. Nein, um Gottes Willen. Okay. Hochsteckfrisuren gibt es auch noch. Ach, da ist das mit dabei. Okay. Dann... Was haben wir noch am Gesicht? Ähm. Einen Hals können wir noch ein bisschen machen. Hallo? Gib mir den Hals. So. Halt. Ach so, das ist unter Kleidung. Da kann man was ranpacken. Die Ohren. Oh. Warte mal. Die Ohren. Okay, da gibt es drei Ohrentüten. Entweder Segellöffel, normale Ohren oder normale Ohren. Etwas größere normalen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach die hier, oder? Ja, die normalen. Okay. Was haben wir noch am Gesicht? So, äh... Gesichter. Nee. Hautdetails. Ich kann dir Falten geben. Zähne. Du hast doch bestimmt ein bisschen Gold in die Zähne, oder? Oder Vampirzähne. Nee, ich habe normale Zähne, oder? Was gibt es denn noch? Zahnspange? Hasenszähne? Boah, ganz schlechte Zähne. Wir machen einfach Standardzähne. Ich glaube, die sieht man im Spiel sowieso nicht. Ja. So, Haare haben wir. Ach so. Man muss die, man muss ja die, die, die Klamotten für... Wir lassen einfach die Frisur immer, oder? Ja. Weil du kannst es ja einstellen für verschiedene Events. Okay, ähm... Hüte. Ich habe den passenden für dich. Oder doch mehr sowas. Ich würde sagen, pack mal keine, äh... Tu mal grundsätzlich keine Hüte. Ich gehe mal kurz durch. So, ähm... Abendkleid. Da gibt es nicht viel zur Auswahl. Äh... Nacht. Ich gucke mal kurz erstmal nur die Hüte durch. Ähm... Tschub, heißes Wetter. Heißes Wetter. Komm, da kriegst du einfach so einen Sonnenhut, oder? So ein Strauhut. Doch, natürlich. Oh Gott. Eine Käppi? Nee, das ist keine Käppi. Ich habe eine gute. Ein Turban. Okay, gut. Dann gehen wir mal weiter. Warte mal, Winter. Winterzeit. Winterzeit, willst du nicht da irgendwie so eine Mützchen haben, oder so? Prinzipiell nie. Nie, okay. Nie, nie. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ähm... Warum kann ich eigentlich nicht auf... Achso, weil ich auf dem Kopf gerade bin. So. Trägst du Schmuck? Ja. Ohrringe und so. Gut, Ohrringe habe ich Tunnel, die wird es da nicht geben. Nein. Ansonsten trage ich ein Armband, einen Ring und eine Halskette. Ja, ich gebe... Warte mal, wir sind gerade bei... Piercings. Äh, unter Piercings? Ne, da gibt es nicht so viel. Da gibt es halt wirklich nur so... Für die Ohren und was. Ja. Tunnel gibt es nicht, ne. Gibt keine Löcher in den Ohren. Ich schaue gerade mal, ob es sonst irgendwo was gibt. Ne. Ne, überall auch nur das Gleiche. Warte mal, dann machen wir das auch weg. Gefällt dir irgendeins von den ganzen, die ich dir vielleicht reinpacken soll? Hm, nee. Nicht, okay. Sonnenbrillen. Nein. Auch, ähm... Warte, bei der Party... Wo ist die Brille? Ich sitze einfach eine. Am Strand? Sonnenbrille? Nein. Wenn es Sommer ist? Also grundsätzlich nicht, oder? Nein. Halsketten? Ja. Okay. Was für eine. Such dir eine aus. Hm. Ich sehe schon die perfekte, die zu dir passen könnte. Oh je. Die zeigt es aber gerade nicht an. Hä? Warum? Die geht, aber die nicht. Hä? Sim, ich weiß schon warum. Aber die eine da, die du mit dem Kreis hattest, die kommt meiner eigentlich mit am nächsten. Die hier? Ja, nur in Silber. Nur in Silber. Das kriegen wir hin. Silber können wir machen. So, Silber. Äh, willst du die immer tragen? Ja. Okay, also... Zack. In Silber. Beim Sport geht es nicht. Beim Schlafen geht es nicht. Wenn du feiern gehst... Geht es hier? Ja, guck mal. Warum geht es aber im Alltagsoutfit nicht? Äh, beim Baden geht es auch nicht. Beim Baden geht es auch nicht. Da könnte ich höchstens sowas machen. Da habe ich nicht viel Auswahl. Hm, ne, dann lassen wir es nur beim Baden weg. Lassen wir es beim Baden weg. Wenn es warm ist, nehmen wir die hier. Also da. Und im Winter tragen wir auch die Kette in Silber. So. Das waren die Accessoires. Alles, die mit dem Kopf zu tun haben. Make-up. Warum hast du jetzt eine Sonnenbrille auf? Das weiß ich nicht. Ich habe dir doch immer alle Sonnenbrille runtergegeben. So, Make-up. Was ist denn das? Oh Gott. Make-up bist du die Expertin. Ich kenne mich nicht aus. Wir fangen jetzt einfach mit oben an bei Augen. Okay? Ja. Ich kenne mich da null aus. Da könntest du prinzipiell ganz oben das rechte davon nehmen. Das hier? Das ist mit so einem weißen Ding. Ja. Und ich kann dir da Farben einstellen. Ich habe keine Ahnung. Helles Braun. Helles Braun haben wir schon. Oder sowas. Ja, das ist eher orange. Das ist ein dunkleres... Das ist rot. Ein helles Braun. Das wäre das. Oder ein dunkleres Braun. Das dunklere Braun sieht gut aus. Okay. Soll ich das überall machen? Beim Sport oder so. Jetzt bin es... Ich glaube, ich weiß nicht, ob es überhaupt geht. Aber da als Beispiel nicht. Okay. Das mit dem dunkleren Braun. Äh... Das mit dem dunkleren Braun. Achso. Das ist Sport. Beim Sport nicht. Beim Schlafen würde ich es jetzt auch mal nicht machen. Ja. Mit dem Schwimmbad tun sie es dann auch nicht. Im Schwimmbad... Das ist... Das ist wasserfestes Make-up. Ah, okay. Würde ich mal sagen. Alles klar. Also beim Schwimmbad dann auch noch. Okay. Dann. Eyeliner. Benutze ich nicht. Benutzt du nicht. Ich gucke mal, ob es irgendwas... Wieso denn nicht? Das schaut doch bestimmt gut aus. Alter. Ach du Scheiße. Guck mal her. Aha. Krass. Okay. Ich gucke mal. An Air Festival. Irgendwo Eyeliner ist... Nö, ist keins. Wangen. Heißt das Rouge? Ja. Okay. Benutze ich aber auch nicht. Gott sei Dank. Ja. Gucken wir mal, ob irgendwo Rouge drauf ist. Gut. Lippen. Lippenstift. Benutze ich eigentlich auch nicht. Bleibt dir schon mal eins erspart. Also wenn du so abends auf ein Date gehst, dann vielleicht? Ja, da schon eher. Okay. Was für einen? Äh, ich weiß nicht, ob du das... Oh, jetzt habe ich hier eine Wehabbung. Na super. Rot. Äh, so Nudefarben. Weißt du, kannst du damit was anfangen? Was ist Nudefarben? Hauttonfarben. Meistens so ein Rosé-Rosa. Habe ich, habe ich, habe ich schon. Als du gesagt hast Hauttonfarben, wusste ich's. Gesichtsbemalung. Oh, da ist was Gutes dabei. Guck mal. Warte, ich habe noch drei Sekunden Werbung. Ach, du hast Werbung. Ja. Bei mir läuft Werbung? Ja. Wusste ich nicht. Voll oft. Voll oft? Echt jetzt? Ja. Warum? Ist jetzt schon die dritte Werbung nicht. Die dritte Werbung? Also ich weiß, dass du eine Werbung hast, wenn du frisch einmal reinkommst, aber sonst? Immer, wenn ich joine. Ja, dann eigentlich immer. Und auch schon dritte immer mal. Echt? Warum? Keine Ahnung. Wusste ich nicht. So, jetzt bin ich aber wieder da. Also, der Lippenstift sieht gut aus. Mhm. Kannst du noch was an den Wimpern machen? Dann kannst du das irgendwie so ein bisschen dunkler machen, weil ich habe meistens Mascara drauf. Ich kann nur Eyeliner auswählen oder halt Augen. Dann müssen wir doch einen Eyeliner machen. Dann müssen wir einen Eyeliner machen. Okay. Sowas? Versuch mal den links daneben. Den da? Der ist ein bisschen heftig, finde ich. Ich hätte eher gedacht, der, weil der ist unten ein bisschen schwächer. Ja, der ist auch gut. Okay, also stellen wir den überall ein. Vielleicht außer beim Sport. Ja. Beim Schlafen genau nicht. So. Du gehst ja eh nur zum Strand, um Kerle aufzureisen. Korrekt. So, äh. Warum geht man denn sonst zum Strand? Gesichtsbemalung. Ich schätze nicht. Wieso nicht? Okay. Schaut voll gut aus. Boah, das ist geil. Das ist dann, wenn ich mit meinem Make-up geschlafen habe. Sieht da am nächsten Morgen aus. Aber das ist geil. Das finde ich hart war es gerade. Das finde ich irgendwie cool gerade. Okay, äh. Mach mal weg. Ähm. Gut. Dann haben wir das schon mal durch. Jetzt geht alles schlimmster. Ui. Ja, Klamotten. Also du musstest doch erstmal hier meine Körperproportionen. Sonst kannst du die Klamotten gar nicht richtig zur Geltung bringen. Ja, Hammer. Was denn? Was denkst du, Senior? Weiß nicht. Warte mal, wenn da gleich draußen irgendwo ein großes Donnerwetter kommt. Ne, äh, also fang mal, ich stell mal die Regler auf mit dich. Ähm, wie möchtest du so, äh, haben? Wo willst du hin? Eigentlich, ja, recht mittig eigentlich. Recht mittig. Und, äh, von der Muskulität? Muskulöser oder? Also He-Man oder Lauch? Also, äh, auch eher so ein Mittelding. Ich bin jetzt nicht übermenschlich definiert. Ich bin aber auch nicht komplett nicht definiert. Okay, auch so ein Mittelding. Gut. Ja, ich weiß ja, wie du ausschaust. Äh. Nur. Ich erstelle, ich kann keine Sims erstellen. Ich hab, meins ist eine Vorlage, was ich ein bisschen angeändert hab. Also, meins ist, ich war in zwei Minuten fertig mit meinem Sim. Okay. Okay, ja gut, äh, dann hast du da mit Frauen definitiv mehr Probleme. Ja, alles gut, alles gut. Äh, so, wir sind, wir sind bei den Klamotten. So, fangen wir erst mal an. Wie Alltagskleidung. Möchtest du eine Bluse, eine Jacke, ein T-Shirt, ein Pullover, ein Tanktop mit Knöpfen, T-Shirt. Sweatshirt. T-Shirt. Ja. Ja. Irgendwas recht Simples in Schwarz. Irgendwas recht Simples in Schwarz. Wir können sowas recht Simples nehmen und das Schwarz machen. Gefällt dir das? Ja, das kommt ran. Okay. Dann gehen wir in die Abendkleidung. Zu allen Klamotten, aktuell. Abendkleidung, äh, ich glaub, da gibt's wirklich für euch Mädels. Warte, stopp, ich kann ein BH einstellen. Räuchten wir nicht noch eine Hose? Okay, dann machen wir weiter mit Hose auf Sommerding. Ja. So, ähm, Hose, Rock, kurze Hose, Hauteng, Jeans, Dreiviertelhose, Unterwäsche oder Badekleidung. Ähm, kurze Hose, irgendwas Stoffmäßiges. Kurze Hose, irgendwas Stoffmäßiges. Ich hätte dich jetzt so rumlaufen lassen. Ähm. Ähm. So? Ein bisschen Muster drin? Ja. Okay. Schuhe. Und die Schuhe, bitte, bitte. Irgendwas Stoff. Lass uns erstmal die Accessoires machen. Oh je. Wir arbeiten uns richtig durch. Armbänder, Handschuhe, Ringe, Fingernägel, Fußnägel, Leggings, Socken. Also wenn du da auch die Hände einstellen kannst, an der rechten Hand einen Silbernägel, an den Ring? Ja. Das ist jetzt aber die linke Hand, weil die rechte, ach so, Ring, 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 Ring. Silbernen Ring, ja, hab ich. Ist aber an der linken Hand. Ja, ist okay. Ähm. Und ein silbernes Armbändchen. Und so Fingernägel? Gar nichts. Gar nichts. Also die sind nur lackiert, gell? Was man da alles einstellen kann, das sieht man ja gar nicht sonst im Spiel. Also flackierte Fingernägel? Ja, nein. Kriegst du Malung an den Fingernägel? Nein. Okay. Armband. Du hast gesagt, ein silbernes Armband hast du auch. Ja. Irgendwas nicht Schlichtes. Was Schlichtes. Äh. Äh. Der schaut ziemlich schlicht aus. In Silber. Ach, mit Silber gibt's das nicht. Oh. Ich kann dir ne Uhr geben. In Silber, wenn du willst. Gut, dann nehmen wir ne silberne Uhr. Okay. So, Schuhe. Oder willst du noch Leggings? Die sind alle schrecklich. Ja. Oder so ne schwarze Leggings. Würde so gut, ne schwarze Hose auch gut ausschauen. Das stimmt. Nehmen wir die? Irgendwo. Okay. Schuhe. Such dir einfach welche aus. Ach, guck mal. Die einen da, die schwarz-weißen da, die sehen doch fast aus wie meine Adidas-Schuhe. Die kannst du gerade nehmen. Wir können ja auch noch unten gehen. Also, da gibt's bestimmt auch noch ganz viele, 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 viele. Also, solche. Zum Beispiel andere Schuhe. Hm. Ja? Also, solche? Ja. Okay. Ich guck mal so durch, grad. Okay. Das war jetzt das Alltags-Outfit. Jetzt gehen wir wieder zu den Tops. Abendkleidung. Das ist so ein silbernes Kleid. Ich weiß aber nicht, wie ich das ändern kann. Ah, das ist hier unter Kleider. Was möchtest du als Abendkleidung haben? So auf nen Date und sowas. Wir können normal was Casual machen oder auch so unter Kleider einfach mal gucken. Wir können mal unter Kleider gucken. Ich hab auch ein paar schicke Kleider. Sowas mittellanges, recht schlichtes. Mittellanges, recht schlichtes. Äh. Sowas? Ich wär auch schwarz. Sowas. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Ich guck grad mal so ein bisschen durch, was es wen gibt. Ja. Und das alles andere wird schon wieder lang. Wollen wir das, was gar nicht so schlecht ausschaut? Ja. Okay. Schuhe. Oder, nee, Accessoires. Das, was wir vorher auch hatten. Ähm. Ja. Die Uhr in Silber und den Ring in Silber. Schuhe. Paar hohe Schuhe oder so? Ich hasse hohe Schuhe, aus Prinzip. Also ein paar flache Schuhe. Gibt's da Ballerinas? Sandalen, ich guck grad. Halbschuhe. Hausschuhe. Flache Schuhe oder flache, flache Schuhe und Hausschuhe ist genau das gleiche. Äh. Nee. Würde ich jetzt mal nicht sagen. Dann irgendwas mit ein wenig Absatz. Mit ein bisschen Absatz. Okay. Hier sowas. Vielleicht auch in schwarz, dann passend so zum Kleid, ha? Ja. Das hat wenig Absatz nur. Ist okay. Sport. Ich würde auch so, also sporttechnisch würde ich halt auch so Richtung Tanktop gehen, oder? Ja. So schwarz ein bisschen, ha? Ja. Und, äh, ne Hose, oh ne Hose. Ich glaub, die sieht nicht mal schlecht aus. Wollen wir die auch vielleicht in schwarzen oder so? Klopp. Oder möchtest du mal ein wenig Farbe haben? Äh, nein, tatsächlich, äh, schwarz ist schon gut. So. Okay. Dann, äh, zum Sport trägt man keine Accessoires. Das hab ich jetzt beschlossen. Ja. Ähm, paar Turnschuhe, oder? Ähm, einfach so, bam. Die vielleicht in, ähm, weiß ich nicht, guck mal, da wär so ein bisschen Farbe drin. Ich such die eigentlich gerade so einfach so, bam. Was sagst du dazu? Ja. Gut. Äh, Schlafanzug. Hehehe. Lass mich raten. Was für ein Schlafanzug ist das? Ich kann ihn nicht wegmachen. Ich kann nur einen BH machen. Welcher von den drei BH? Ja, dann nehmen wir mal. Dann der untere. Der untere. In, äh, auch so schwarz? Da kann ich, äh, da darfst du auch ruhig in Richtung Dunkelrot gehen. Dunkelrot haben wir. Beinbekleidung. Das ist das passende Gegenstück. Bin ich gerade dabei. Hehehe. Oh, das ist das passende Gegenstück. Gut, okay, haben wir. Perfekt. Schuhe würde ich einfach sagen, weg. Ja. Okay, Party. Also aufreizend, äh, reizend, verführerisch. Können wir nicht einfach das von gerade eben nochmal kopieren und hier einfügen? Hehehe. Hehehe. Was hast du denn da? Also geh nochmal ein Stück weiter runter. Ich geh mal ein Stück weiter runter. Sag mir einfach so weit dann Stopp. Ich schreibe in der Zeit mal jemanden zurück. Ja. So. Wenn du soweit bist, noch ein Stück. Ich kann immer. Ich bin soweit da. Also. Ich werde nämlich gerade nur von der guten Dame, die wir auch noch erstellen werden, äh, zugespampt. Oh, das eine, äh, mit dem roten Top und der Lederjacke. Der ist da? Oh, der schaut echt cool aus. Die feiert nämlich gerade Bayern. Weil sie ist ja gerade in Bayern und er feiert es. Und bist du live? Äh, ja, ich bin live. Warte. Ja. Ähm. Sie wünscht uns viel Spaß, würde ich sagen. Oh, danke. Bzw. sie hat gesagt, hab viel Spaß mit Xenia. Hehehe. Ähm. Live? Ja. Okay. Aber das ist ja die falsche Plattform dafür. Ja. So, ich antworte mal überall gerade drauf. Hä? Ja. Nur die Hose muss dann einfach nur eine schwarze Jeans. Eine schwarze Jeans. Ach so, äh, Jeans, äh, Jeans. Die ist hauteng oder ein wenig freier? Die freie sieht blöd aus. Die schaut gut aus. Guck mal. Jeans. Ja. Was sagst du zu der? Ja. Hm. Schuhe, lass mich raten. Schwarze Turnschuhe. Korrekt. Ach, guck mal, da hat er sogar die Accessoires mal durch übernommen. So. Dann geht's. Ach nee, stopp, das ist eine andere Accessoires. Das ist was ganz was anderes hier. Den Ring, den Ring hat er. Die Socken tun wir auch weg. Ja, wie ist das? Ähm. Warte mal. Armband. Die, warum gibt's hier jetzt mal andere, andere Sachen? Wir nehmen eine silberne Uhr wieder, oder? Ja. Ja. Ups, äh. Weiter geht's. Schwimm-Stuff. Was möchtest du? Ein Bikini. Ein Bikini. Ein Badebekleidung. Äh. Ich mach einfach mal irgendwie, äh, so. Da ist es mal, so. Oder eher sowas. Ne, das ist Camouflage. Ich würd's sagen, so. Und für oben. Äh. Der passt doch ganz gut. So. Oh, aber das hängt grad'n bisschen, ne? Ja. Okay. Dann für die heißen Tage. Also jetzt. Und da kannst du eigentlich prinzipiell fast das vom Anfang gerade einfach wieder machen, nur ohne Legends drunter. Also das hier. Okay. Äh. Dann brauch ich ein... Was war das? Das war... War das das? Ne. Ich muss erst mal finden. Das war das hier? Oder? Ne. War... Oh, Alter. Was für verschiedene Sachen es alles gibt. Aha. Ich blick nicht mehr durch. Hilfe. Sag mal, das war doch hier unter den T-Shirts, gell? So. Dann geh ich unter T-Shirts. Das... War das das? Ne. Das war das hier. Ah, ich hab's gefunden. In schwarz. Ja. Und... Dann haben wir Beinbekleidung. So. Kurze Hose. Und zwar die hier. Ohne Legends. So. Okay. Accessoires. Selber. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich geb mein Bestes. So. Der hier. So. Schuhe. Turnschuhe. Korrekt. So. So. Wir haben's. Winter. Oh, ein richtig schön gemütlicher Pulli. Einfach in schwarz. So was mit dem Hoodie? Ja. Wunderbar. Ähm, dann... Beinbekleidung, hätte ich einfach gesagt Casual Jeans, oder? Ja. Einfach wieder eine schwarze Jeans. Müssen wir erstmal eine schwarze Jeans finden. Ah, Jeans hab ich. Schwarz. Dann Accessoire. Ich hab gehört, wir ziehen die Handschuhe erstmal aus, oder? Oder hast du Handschuhe an? Nein. Okay, keine Handschuhe. So, Accessoires. Da haben wir schon welche drin. Fangen wir einfach mal hier an. Armbänder. Das kommt wieder weg. Guck mal, jetzt gibt's so einfach einen schwarzen... Äh, Silberring. Der Ring kommt weg. Ah, guck mal, jetzt haben wir sowas Einfaches da, komischerweise. So, äh... Lass mich raten, Turnschuhe. In schwarz. Nee, tatsächlich im Winter nicht. Stiefel. Äh, Boots. Also so, ähm... Stiefel. Ah, warte mal. Nein. So was. Ähm, unter diesen pinken Teilen. So was? Warte, es lädt. Ja. Okay. Gut. Läuer das Drahten? In Dunkel. Hab ich schon gemacht. Perfekt. Wir haben's fertig. Yes. Hallo, ich heiße. Wie soll ich dich nennen? Xenia? Xenia, oder? Mrs. X. Ja. Darf ich Xenia heißen. Und wie möchtest du denn Nachnamen haben? Machen wir hier Mrs. X? Ja. So. So, dann. Gut. Erstellen wir dich mal. Bob. Gott, war das eine schwere Geburt. Ich kann Sims nicht erstellen. So. Äh, Bo, möchtest du einziehen? Ich seh grad, ich hab nicht mal ein Dach auf meinem Haus. Oh, Mann. Guck mal, ich hab'n Flachdach. Welches Grundstück möchtest du haben? Oh, ich hab' die Qual dabei? Hm. Je größer das Grundstück, desto schwieriger wird's am Anfang das größte, hab' ich mir schon mal gekrallt. Das war am Anfang nicht schlecht, als meine Küche abgefackelt ist, musste ich Teile verkaufen. Oh, super. Ja, wir können dir so ein kleines, also möchtest du klein und schnuckelig oder sowas, oder schon so ein bisschen annehmbar haben? Ein bisschen annehmbar. Ich find das da in der Mitte an der Ecke ganz putzig. Das hier 30x30? Ja. Die Ruhesichel. Oh. Dann ziehst du hier ein. Bestätigen wir. So, 17.000 haben wir noch, damit kann man ein bisschen arbeiten. Ah. Ah, ja, 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 ja. Das muss mein Ding nicht machen, ich weiß nicht, ich dunkel heute übrigens, wie gesagt, ohne Fratzencam. Aber das liegt einfach da dran, weil ich möchte einfach jetzt ein bisschen Cam aushaben draußen. Es ist trotzdem ziemlich unangenehm warm, auch wenn die Klima läuft. Oh, warum hast du einen Briefkasten und ich hatte keinen? Okay. So. Hier ist, so wie es ausschaut, ist der Eingang, oder ist der hier? Ja, ist ja egal, wir gehen hier hier. So. Mhm. Sag mir mal so eine Grundform von deinem Haus, die du haben möchtest. Wie so ein U, wie ein L, quadratisch praktisch. Quadratisch praktisch ist ein bisschen blöd. Links und rechts vorne hätte ich gerne so Halbkreise. Kreis kann ich nicht. Also das ist so, ähm, so ein Stück schräg gerade, ein Stück schräg wieder nach innen, dann so eine Gerade. Ach so, also meinst du sozusagen so in etwa? Ja, genau, so sechseckig so ein bisschen. Das kann ich machen, das ist kein Problem, das mache ich auch gern. Und das möchte ich so links und rechts haben. Mhm, und dann in der Mitte halt so eine Gerade. Für die Haustür. Also wie so ein U, okay. Okay, dann hoffen wir mal, das Geld reicht dafür, für das alles. Mhm. Okay, ähm, machen wir mal eine Gerade, so. So ein bisschen so. Ich baue einfach mal. Machen wir das so ein bisschen klein. Vielleicht hier so eine Dreierwand. Also in etwa, äh, warte, so? Oder ein bisschen breiter? Ähm, bisschen breiter, also ein bisschen breiter nach hinten. Vorne kannst du so ein Stückchen schmaler machen. Äh, warte. Also dass diese U, diese U's, äh, ein bisschen kleiner sind. Warte, warte, das mache ich anders da. Ich nehme mal kurz. Das tue ich. So. Ja, und möchtest du den Innenraum hier ein bisschen größer haben? Ja. Also dann mache ich das eher so, warte. So, damit man schön zu krumm bleibt. Und das U machen wir dann hier bei 1, äh, nach links und rechts größer, so. Ja, du kannst diese Wand, äh, dazwischen den U's noch so ein Stück, nach vorne holen. Hm. So, 1 nach vorne, oder? Warte, ich zeig's dir einfach mal. 2. 2. 2, okay. So. Gut. So. Dann hast du noch zweier Platz. Mhm. Wunderbar. Das ist jetzt erstmal die Grundform. Ich würde's aber tatsächlich ein bisschen, äh, verkürzen vielleicht dann. Das schauen wir aber mal, oder? So nach hinten ein bisschen kürzer machen. Also wir haben noch viel Fläche, wir könnten dir hier eine Villa herschmeißen, gell? Aber wir haben nicht so viel Geld, wir sind jetzt... Lassen wir mal so, oder? Ja. Okay. Dann geh ich mal hier aus dem Modus raus, ähm, wir müssen neue Wände setzen. So, Wohnz... Also, ich hab's meistens so, Schlafzimmer, Bad, Küche, Esszimmer. Also Küche und Esszimmer sind eins. Und so Büro und, äh, Wohnzimmer sind immer eine Sache. Wie möchtest du's haben? Also, äh, rechts unten da so, hätte ich gerne so eine Küche drinne. Äh, hier. Also ich hätt's jetzt dann vielleicht so ein bisschen größer gemacht, so. Oder? Dass hier so die Küche ist. Und dann könnten wir hier in den kleinen Raum das Bad reinschmeißen, hä? Ja, das ist ganz mal verkehrt. Also wir könnten das Bad noch eins größer machen, wenn wir die Wand... die Zwischenwand zwischen Küche und Bad eins versetzen. Dann wäre die Küche aber relativ klein. Nee, ich hätt's so gelassen, wie's am Anfang war. Also so, wie ich's hab. Okay. Ja, genau. Hm. Ich würd's sagen, dein Schlafzimmer wirst du dann bestimmt ins andere U reinhaben, oder? Ja. Okay. Da kriegen wir das Bett hier hin, das ist so groß. Und dann würd' ich sagen, auch so, so. So ein bisschen, hä? Wobei... Machen wir's synchron, oder? Machen wir's so? Ja, und da hätt' ich dann aber gar keine, ähm... ...gar keine Wand dann da noch reingezogen, sondern hätte das dann da hinten offen gelassen, dass ich dann, äh... ...dass man dann da so Wohn- und Ess-Bereich machen kann. Hier hinten? Ja, das kann man machen. Ja. Da hätt' ich dann gar keine Wand nochmal reingezogen. Aber das ist relativ... ...es ist relativ weit weg von der Küche. Mhm. Es könnte passieren, dass er sich woanders hinsetzt, wenn da irgendwo eine Couch ist. Zum Essen. Das ist okay. Okay. Gut, äh... ...dann haben wir die Raumaufteilung fertig. Machen wir erst mal eine Tür. Mhm. So. Kann ich die ein bisschen größer machen? Kann ich nicht. So, was für Türen... Magst du ein bisschen so modernere Türen, oder... ...so ein bisschen Holzoptik, ein bisschen Glas, was möchtest du drin haben? Ähm... ...gern ein bisschen moderner, mit ein bisschen Glas drin. Die hier. Die erste Eingangstür. Ja. Okay, ähm... Wollen wir das passende Gegenstück dazu als, äh... ...also das hier einmal für die Küche, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Und dann gibt's das gleiche als Holz für Schlafzimmer und Bad. Okay. Dann machen wir das nämlich stimmig. Hätte ich mal gesagt. Äh... Schlafbad hätte ich auch so mittig gesetzt. Das Schlafzimmer hätte ich hierhin gesetzt. Ah, warte. Vielleicht eher so dahin. Dann kriegen wir da noch was ins Eck gestellt. Und die Küche mache ich dann auch so mittig, so. Tschup. Gut. Guck mal, so groß hätte die Fläche gar nicht sein müssen. Aber wir können immer noch größer bauen, das Haus. Mhm. Also der Plan ist es so, ähm... ...ich möchte mir später eine Tabelle machen und dass ich jeden auch so ein bisschen gleichmäßig spiele. Dass sich da keiner benachteiligt fühlt oder so. Mhm. Und ich werde dann, äh, später dich ab und zu mal spielen. Immer so eine Stunde, zwei Stunden oder sowas. Und, äh, ich würde halt das Häuschen so dementsprechend ein bisschen anpassen und größer bauen und, 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 und. Okay? Okay. Weil anfangs, äh, hat man nicht so viel Geld. Leider. Ja. So. Ein paar Fenster. Soll ich schauen, dass ich ein bisschen passende Fenster dazu hinbekomme? Sehr gerne. Ähm, ja, fast. Die würden halt perfekt passen. Gibt es die in kleiner? Oder magst du so große Fenster? Oh, große Fenster? Ich mag es gerne, lichtüberflutet. Also soll ich solche Riesenfenster reinpacken? Ja. Okay. Ich, ich hätte Lust, die so ins Eck reinzuschmeißen, so. Tup, tup, hier vorne. Aha. Also entweder, wir könnten sie hier hinschmeißen, oder halt so wirklich ein bisschen ins Eck rein. Eck finde ich gar nicht mal so schlimm. Also machen wir die vielleicht so ein bisschen ins Eck. So. Das ist die, die ich in klein... Die gibt es nur noch größer, guck mal. Guck mal. Auf. Also, wenn du, wenn dann hier dein Schlafzimmer ist, kriegt jeder live das mit. Ja. Aber in die Küche könnte man es ja kaum bauen. Das stimmt. So, machen wir es mal hier in die Küche rein. So ein großes, also wenn du es möchtest. Die gibt es leider nicht in kleiner. Ich hätte hier ein bisschen gerne in kleiner gehabt und vielleicht so... Ah, guck mal. Schau mal, sowas. Aber es ist halt nicht so lichtdurchflutet. Das würde gut dazu passen. Aber ich würde sagen, das wäre was fürs Bad, oder? Ja. Pass auf, ich mach so... Ach, warte mal. Ich hab ne Idee. Einfach um... Ich muss mal kurz gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Ah, leider nicht so schade. Aber in der langen Warte kriege ich das. Ich weiß nicht, ob du Cheatcodes benutzt. Dann kannst du Dinge auch besser anpassen. Dann könntest du das auch so machen. Ja, äh, Move Objects on. Ja, genau. So ein bisschen, äh, versetzt. Ne, mache, möchte ich nicht. Okay. Ich möchte sozusagen, dass... Oh, guck mal, die Fenster passen auch dazu. Wollen wir die ins Schlafzimmer packen? Oh, warte, ich hab Werbung. Wollen wir die lieber... Also, ich hab so... Ich hab grad andere Fenster gefunden. Die passen auch ein bisschen moderner. Die sind ein bisschen schmäler. Ich guck sofort. Ich hab grad noch 15 Sekunden Werbung. Danke für das ganze Geld. Warum kommt denn so viel Werbung auf einmal? Krass. Ich hab keine Ahnung, aber das ist jetzt schon die dritte während des Streams. Krass, irgendwann irgendeine Nachricht hab ich da gekriegt. So, bin wieder da. So, ich hab hier ein Fenster in der Hand. Oh, ja. Äh, das sind Schlafzimmer? Statt die ganz großen? Ja. Statt die ganz großen hätte ich das so ein bisschen in das Schlafzimmer gepackt. Und vielleicht dann hier drüben nochmal so. So da. So zwei Stück nebeneinander. Da. Dann können wir vielleicht hier die ganz großen uns eher für hier hinten noch so aufheben. So ein bisschen. Das sieht schön aus. So, weil dann kriegt nicht jeder mit, wenn du grad deinen Spaß hast im Schlafzimmer. Sozusagen. Besser ist es. Hier hinten hab ich so, ähm... Die hab ich jetzt so ein bisschen versetzt gemacht. Guck. Mhm. Beziehungsweise, da wollte ich noch eins reinschmeißen. So, irgendwie halt keine Ahnung. Dann mach ich's hier so mittig oben noch ein Fensterchen rein. Äh, und... Gibt's die vielleicht ein bisschen... ...größer noch? Was ist denn das? Draußen vor der Scheibe. Okay. So heißt die Scheibe. Das hat auch was. Aber ich würd sagen, jetzt haben wir solche Fenster verwendet. So alle eher... ...eher längs. Warte, warte, warte. Ich find die Fenster nicht mehr. Warte. Dann nehmen wir, äh... ...das hier, es wäre der Licht. Machen wir die hier hinten so ein bisschen rein? Oder so eine große nochmal? Also vielleicht so eine große hier nochmal so hin? So mittig? Ja. Warum eigentlich nicht? Und da schau ich mal, dass wir vielleicht hier so ein bisschen... ...so ein bisschen so... ...n paar reinbekommen, so im gleichen Abstand, ha? Ja. Gut. Fenster haben wir drin. Jetzt, äh, haben wir noch 10.000. Jetzt geht's an den, äh, Boden, beziehungsweise an den Dach, hab ich gehört. Das sollten wir mal machen. Ja. Ähm, ich hätt ne Idee. Dafür muss ich dich aber drehen. Und zwar... Na komm. Ja, beim Dach lass ich dich jetzt erstmal machen einfach. Also ein bisschen flacher. Dann nehm ich das Dach hier. Pack das hier hin. Na komm, bleib da. Mach das auch einen Ticken flacher. Sogar ein bisschen viel flacher als das andere. Und zieh das in das Dach hinten rein. Hast du zwar hier den Übergang, aber ich weiß nicht, wie du es ohne den Übergang hinbekommst. Weil die alle so ein bisschen Übergang haben, leider. Mhm. Also entweder so. Oder die andere Idee wäre... Dass wir das dann so machen. Das hat zwar keinen Übergang, aber weiß ich nicht. So mit ein bisschen Überstehen, finde ich, schaut schöner aus. Welches von beiden ist dir lieber? Das ist ein bisschen Überstehende. Okay. Dann machen wir hier auch nur so ein Überstehendes ein bisschen. Das sieht realistischer aus. So. Mal schauen, dass ich halbwegs die gleiche Höhe hinbekomme. Achso, warte mal. Ich kann das ja kopieren. Kopieren. Job. Ich könnte höchstens schauen, dass ich das hier so noch... Ah, ich kann es... Ich kann es... Ich muss es leider immer so ein Stück reinziehen ins Dach. Du hast hier immer so einen kleinen Überstand. Leider. Ich bin Perfektionist. Sowas nervt mich. Okay, und das Hauptdach würde ich auch noch einen Ticken flacher machen. So ein bisschen, ha? Mhm. Ist die gleiche Linie. Gut. Dann, gehen wir mal runter. Oh je. Fangen wir erstmal easy an. Boden. Wir haben Holzböden verschiedene. Möchtest du Holzböden haben? Im Schlafzimmer gerne helles, sehr helles Paket. Okay. Das habe ich direkt im Angebot. Das sieht man aktuell... Also das hier? Oder in weiß schon? Ich hätte gesagt, so ein bisschen Ahorn, ha? Ja, so ein bisschen. Okay. Bam. Haben wir. In der Küche. Ich kann auch Fliesen oder ein verschiedenes Zeug machen. Ja, ich glaube einfach weiße Fliesen. Also Fliesen. Weiße Fliesen. Ähm. Gibt es die in weiß? Die gibt es in rot. Ne, ach so. Ne, 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 ne. Gibt es die in weiß? So. Bevor ich es kaufe. Äh, warte kurz. Dauert gerade einen kleinen Moment. Ne, ne, die sind nicht so. Dann gibt es, da hätte ich noch welche mit so ein bisschen Struktur. Oh, hast du Stein? Steinfußboden? Ja, habe ich auch. Oh, das finde ich auch ziemlich attraktiv. Aber das schaut halt alles aus wie Stein. Also ich kann Stein nur hier reinnehmen, aber das schaut halt sehr steinig aus. Oh. Also den finde ich ganz cool, aber es schaut halt sehr steinig aus. Und das ist gar nicht mal so schlimm. Also den einen, den du da eben hattest. Den hier? Also den mit den, äh, braunen und grauen. Etwas größeren. Genau. Ja, genau. Okay, haben wir. Ähm. Eingangsbereich soll ich einfach so, so ähnlich wie den Fußweg da draußen machen? Oder möchtest du auch irgendwas aus Stein haben? Also ich könnte sowas machen, aber das schaut irgendwie ganz blöd aus. Ich muss immer so ein bisschen gucken, was du da machst. Dauert immer ein bisschen. Also ich kann hier so feine geometrischen Pflaster nehmen. Was auch, wir machen das einfach mal so. Wir schmeißen die mal hin. Das ist der, den ich immer verwende, der, 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 der Beton. Die können aber auch so einen Kies, Kies, Kiesweg nehmen. Ach so, Beton finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Okay, gedämpfter Beton. Zack. Das ist der Eingangsweg. Äh, Bart. Fliesen. Welche mir gefallen sind die hier? Kalt wie weiße Seehundschnauze heißen die Fliesen. Die haben so ein bisschen Struktur drin. Möchtest du weiß, bläulich, sandfarben, dunkelblau, schwarz. Also in schwarz finde ich die auch ganz cool, aber leider sieht man halt immer so ein Gitter drin. Hast du was so ein bisschen Richtung gräulich, beige-lich? Hm, kann ich auch machen. Also ich hätte hier so grau und so beige-lich, das wäre so sandfarben. Oh, das ist grau, finde ich ganz angenehm. Okay, dann das grau. So, jetzt brauchen wir noch den Wohnzimmer. Wie möchtest du da haben, dein Wohnzimmer? Ähm, so ein bisschen, also so wie das Schlafzimmer, nur ein Ticken dunkler. Wie das Schlafzimmer, nur ein Ticken dunkler. Äh, so? Oder ist es schon zu ein Ticken dunkler? Ähm, vielleicht ein bisschen. Heller. So? Ähm. Ja. Wunderbar. Dann, äh, geht's weiter. Wende. Die große Wand. Also ich würde eher, also außen bin ich so für, weil es doch so relativ modern ausschaut, einfach was relativ schlichtes. Einfach nur weiß, oder? Ja. Okay, dann schmeiße ich das außen hin. Zack. Okay. Flup. Dann muss ich hier. Das ist schon. Das ist auch. Okay. Das haben wir alles dann, oder? Ja, schaut gut aus. So. Hups. Das war der Keller. Wie groß soll dein Pool werden? Nee, äh, Spaß. Ähm. Jetzt haben wir das alles fertig. Ich würde sagen, jetzt gehen wir an die Innenarchitektur, äh, ans Eindräumen. Äh, fangen wir mal mit dem Bad an. Machen wir mal das Bad zuerst. Das ist am einfachsten. Äh, ach, stopp. 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 Kommando zurück. Kommando zurück. Wir brauchen Innenfarben. Ach, stimmt. Innen sind ja auch noch Wände. Da war ja was. Hm. Also Küche einfach weiß. Einfache Pastelltöne. Küche einfach weiß. Okay. Es gibt auch weiß mit Zierleiste, gell? Und sowas. Oder halt so. Ein bisschen farbig. Hm. 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 Find ich auch immer ganz schön, vor allem, weil man die, nee, das war's nicht. Irgendwo kann man die Zierleiste so ein bisschen anpassen. Okay, das mit der Zierleiste sieht gar nicht mal so blöd aus. Das mit der Zierleiste? Ja. Okay, das mit der Zierleiste. Warte, stopp. Da mach ich zwei zurück, weil wir müssen Geld sparen. So. So. Im Bad. Da könnte man auch wirklich einfach so einfache Pastelltöne, so leicht bläulich. Oder, also so weiß mit einem leichten Blaustich oder halt wirklich weiß. Kannst du in einer Ecke so ein bisschen, ähm, so ungefähr wie in der Küche am Boden so ein bisschen Steinwand machen, wo dann so die Dusche hinkommt und den Rest einfach standard weiß? Das, das kann ich leider nicht, weil die Dusche, also ich kann hier so eine Steinwand machen, ja? Ja, so eine Seite so ein bisschen steinig und den Rest einfach standard weiß. Könnte ich machen, aber da, wo die Dusche ist, das Problem ist, die haben meistens eine Rückwand. Dann siehst du das nicht mehr. Das Stein, was du da eben hattest, diese, äh, die aussehen wie Ziegel. Die dunklen oder die beigen? Ah, die dunklen. Ja, die hab ich. Ah, das lädt, also ich brauch immer kurz. Und da einfach so die eine Wand. Die lange Wand? Oder die kurze? Ja, die lange. Okay, wunderbar. Und den Rest willst du weiß? Ja. Also, tschub. So, dann kann ich nicht Shift drücken. So, ich hätte vielleicht erst weiß machen sollen. Gut, das war eins zu weit. Gut, äh, Wohnzimmer. Mh, beige. Beige. So leicht, äh, wir können auch so ein bisschen dunkler sein. Bisschen dunkleres beige. Give me a second. Ich hab gerade im Mensen-Delay. Das sieht gut aus. Das schaut gut aus. Dann ran damit. Schlafzimmer. Liebesrot. Nee, was? Haben wir... Ja, haben wir einen Boden. Ich wollte gerade sagen, wir haben keinen Boden. Hast du ein recht schönes, nicht so ein Anthrazit, so die Hälfte und den Rest in einem Weiß? Die Hälfte. Das ist eher so wie... Ein dunkles... Ich hätte ein sehr dunkles Violett im Angebot. Und dann lieber ein dunkles Rot statt Violett. Ein dunkles Rot. Das wäre ein dunkles Rot. Und was ist das für ein Rot? Gibt es da einen Unterschied? Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob es da keinen Unterschied gibt. Ein dunkles Rot. Ich hätte halt noch... Was ist da? Hä, warte mal. Ich sehe hier keinen Unterschied. Was ist der Unterschied von dem? Ah, ganz, ganz minimal. Aber da steht zwar... Nee, ich... Ah, doch Anthrazit. Ich glaube, das ist so ein wenig Anthrazit. Ja. Wollen wir... Ich denke, das ist Anthrazit. Okay, ich habe Anthrazit gefunden. Okay. Anthrazit und Weiß. Mhm. Und was wo? Ähm... Jeweils... Eine kurze und eine lange. Übers Eck oder... Ja gut, muss eh übers Eck. Ja. Okay, ich mache mal Anthrazit in den Pfand. So, mal bis ins Eck rein hier. So ein bisschen. Und Weiß hast du gesagt. Das ist hier. So, ist die Dame zufrieden mit den Einrichtungskünsten? Für sie jetzt? Ja. Okay. Gut, hast eh alles du gemacht. So. Jetzt halt. Gehen wir mal ans Bad. Das Bad. Oh je. Fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. Scheiß aus. Je weiter du nach rechts kommst oder je weiter du in der Liste weiter gehst, desto teurer wird alles. Und wir haben jetzt noch 9500. Wir können dir auch einfach einen Busch herstellen. Ich meine es ernst, aber in dem Busch kann man auch andere Dinge machen. Das ist so ein Universal-Party-Busch. Oh, oh, okay. Ähm, ja. Den gibt's mit Rot und in Violett. Nee, ähm, eine Toilette. Ich würde einfach... Soll ich einfach mal ein bisschen einrichten? Standard. Standard, also... Mach mal. Ich mach einfach mal so eine Standardschlüssel, dass wir so mal ein bisschen Geld haben. Oder damit das Geld nicht geklappt wird. Ich richte mal ein wenig hier und ich bemängel dann das, was mir nicht gefällt. So, weil siehst du hier bei den Duschen, die haben leider alle so eine Rückwand. Ja. Na gut, ist ja auch nicht schlimm. Soll ich halt einfach mal, ich... Farblich können wir es noch anpassen, aber ich finde so, gerade weiß passt eigentlich ganz gut so ein bisschen mit her. Ja. Äh, warte mal. Ich hab aber eine Idee. Ich hab eine Idee. Warte mal. Ich mach die Toilette dahin. Wir verschieben die Tür eins nach rechts. Und dann können wir die Dusche hier an die Wand schmeißen. Und schau mal, deine Steinwand bleibt da. Mhm. Schau mal, also es gibt... Je höherwertiger die Duschen dann... Oder je teurer die Duschen werden, desto höherwertiger wird es auch. Ja. Oder desto besser werden sie auch von den Verhältnissen her. Also ich könnte auch die hier nehmen. Die schauen sich sehr ähnlich. Aber dann wird es teurer. Mhm. So, ein Waschbecken. Eher so ein bisschen modern oder so ein bisschen Holzoptik mit rein? Was ist dir lieber? Gern lieber mehr modern. Modern, okay. Dann kriegen wir das irgendwie so ein bisschen in einem... Grau. Ja, ich glaub der Farbton passt gut an. Gut zur Steinwand. Dekorieren werde ich mal noch nicht so viel, weil Deko ist leider sehr teuer. Das ist okay. Die Toilette mache ich mal ins Eck. Dann mache ich hier das Waschbecken hin. So. So. So ein bisschen. Ein paar Pflänzchen. Ah, die ist zu groß. Ich und Pflanzen. Die, die mir gefallen, sind meistens zu groß oder zu klein. Ja, das ist doch was. Hier, da kann man schon in Ruhe ein Düftchen ablassen. Und wenn das, das Düftchen wird gleich vom Baum observiert. Yes. Den ein bisschen größer wäre cool. Aber ist nicht. Ähm. Ach, den habe ich schon. Dann mache ich so ein Ding noch hin. So ein bisschen neben die Toilette. So. Oder eher neben dem Waschplatz. Mach ich ja hier hin. Dann schiebe ich aber die Tür noch mal eins rüber. Die schaut nämlich so ein bisschen an die Wand gequetscht aus. Äh. Links oder Rechtshänder? Rechtshänder. Ich mache es lieber an die Wand. So. Ich habe Angst, dass die Deko im Weg ist. Nee, aber es sollte gehen. Ähm. Wie gefällt dir das Bad? Wenn der Delay so ein bisschen nachrückt. Bis jetzt sehr gut. Ich kann noch nicht meckern. Ach so, einen Spiegel habe ich vergessen. Oh Gott. Ich schaue, dass ich so ein bisschen farblich abstimmend zur Steinwand mache. Nämlich. Ja. Ich glaube, das passt auch ganz gut so ein bisschen, hm? Ja. So. Jetzt habe ich den Spiegel noch. Ah, den habe ich auch nur farblich passen. Äh, den. So, das wäre einmal das Bad. Das schaut schon besser aus als mein erstes Bad. Aber ich habe mir auch das größte Grundstück genommen, weil ich glaube, so unterm Strich werde ich doch mich sehr viel mehr spielen. Ähm, ich mache einfach mal klassisch weiße Küche, oder? Ja. Klassisch weiße Küche. Erstmal, äh, ich würde sagen, solange das Geld noch nicht so, äh, sagen wir mal wirklich flüssig ist, schaue ich auch einmal, dass wir noch nichts, oder dass wir bei dir noch nicht so, ähm, massiv, äh, ja, das High-End-Quality-Zeug reinschmeißen. Sonst mehr so, funktionier erst mal. Mhm. So, Feuermelder, der ist ganz entscheidend wichtig. Also ein bisschen Geld haben wir ja. Wir könnten ein bisschen, ein bisschen Farbe reinbringen in die Küche. So. Beige weiß ich nicht. So ein bisschen grau. Ja, komm, machen wir ein bisschen grau rein. Äh, möchtest du eine kleine Sitzecke da mit drin haben in der Küche? Oder soll ich lieber nochmal auf der anderen Seite auch so Küchenzeile mal bauen? Oh, so ein kleines Sitzeckchen ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Okay. Dann machen wir das gleich. Dann lassen wir es so. Dann, was darf in keiner Küche fehlen? Eine Obstschale. So. Dann. Magischer Baumstamm. Okay. Das ist aber... Ich wüsste zwar jetzt nicht wo, aber ich sehe es gerade und das ist voll cool. Das will ich auf jeden Fall wieder haben bei mir irgendwo im Garten. Oder hier, keine Ahnung. Mal schauen, wo sich die Häuser ein wenig hin entwickeln mit der Zeit. Küchenrolle. Stelle ich zum Obst. Äh, eine Spüle. Ein bisschen grau. Sowas. Mhm. Und mache ich eher mal so hier hinten zur Küchenrolle. So. Dann kümmere ich mich mal kurz um die kleine Sitzecke. Den finde ich immer ganz schön, eigentlich. Aber passt, kriegen wir den irgendwie passend dazu. So ein bisschen hellen. Ja, würde ich jetzt mal was machen. Schaut ein wenig modern aus. Hat ein wenig Farbe. Passt ein bisschen ähnlich zumindest zum Boden. Mhm. Ich sehe ein bisschen heller. Mietz, ich sehe nichts. Da, 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 da. Ja. Hey, Julie. So. Gefällt dir die Küche bis jetzt? Ich kann irgendwo nicht weckern. Okay. Dann würde ich ein bisschen Deko noch mit reinbringen. So, warte. Danke für den Prime Sub, Julie. Danke. Ich habe hier noch so eine kleine. Die ist ein bisschen groß. Mhm. Das könnten wir irgendwo mit hinbauen. Nur wo? Ähm. Ich suche so ein kleines Blüm. So, schau. Ja, hier. Perfekt. So, ein Blümchen hier drauf. Ich habe gehört, wir brauchen auch eine Mülleimer. Den habe ich nicht bei mir vergessen zu kaufen. Das eine Mal und wundere mich, warum ich den Müll nicht wegbringen kann. Wo haben wir eigentlich den Briefkasten? Ach, da. So, machen wir einfach alles vorne. Alles fit bei dir, Julie? So, ähm. Brauchst du eine Kaffeemaschine? Nein. Okay. Küche ist eh langsam eng. Ich will noch ein bisschen größeres Pflänzchen. Auch, auch ganz gut, auch ganz gut. Ich glaube, die könnte schon ganz gut ein bisschen rein. Nicht schon wieder die. Ähm. Da kommt sowas. So. So, bist du zufrieden mit der Küche, die ich gebaut habe? Yes, Meister. Gut. Hm. Dann gehen wir mal an dein Schlafzimmer. Oh je. Oh je. So. Schlafzimmer. Jetzt schon. Ich dachte, du führst mich vorher wenigstens mal zum Essen aus. Tut mir leid. Xenia. Du hast eine Date. Du hast jemanden, mit dem du dich datest. Ähm. Ähm. Tatsächlich. Du magst ja auch moderner. Ich würde jetzt einfach mal so das Bettchen nehmen, was du so ein bisschen, was ich auch so ein bisschen hab. Ja. Es wäre dunkelblau und, äh, schwarz. Aber ich glaube, das wird schwierig wegen den schrägen Ecken. Ich glaube, da kann man nicht ins Bett gehen. Da stellen sich die Sims an. Oder ich mach das einfach. Also schräge Ecken gehen bei Betten. Gehen? Okay. Dann rein. Ich weiß es nicht. Hab ich tatsächlich noch nie so gemacht. Dann würde ich das da hinschmeißen. Und, ähm, wir machen in dem gleichen Blauton. Nehmen wir das Ding. Na, komm her. Ich will die Farbe ändern. Ist auch so dunkelblau. Zack, dass sich das ein bisschen ergänzt. Dann hätten wir weiß, dunkelblau und schwarz, beziehungsweise Anthrazit mit drin. Mhm. Gut. Äh. Äh. Ja, knickt ein Klassiker, eine Uhr. Dann. Ja, gut. Ein Hundekörbchen braucht man nicht. So. Als du gerade sagtest, Hundekörbchen brauchen wir nicht, hat sich meine direkt umgedreht. Nee. Nee, das da will ich. So, zack. Blümchen da drauf. Äh. Also ich hab gehört, im Schlafzimmer bietet sich auch immer so eine ganz riesige Spiegelfront an. Oh ja. Neben dem Bett. Oh ja. Ähm. Vorhänge und so müssen wir auch noch machen. Die würde ich aber dann zum Schluss machen. Mal quer durch die Wohnung. Ja. Weil wir haben nur noch 1300 und jetzt wird's schon knapp. Jetzt wird's schon echt knapp. Mit dem Geld her. Da muss die Dame erstmal ein bisschen arbeiten. Das ist okay. Das ist ein faule Stück. Machen wir mal Wohnzimmer weiter, oder? Ja. Ich hab gehört, einen fetten, offenen, modernen Kamin. Nee, Quatsch. Leider kein Geld dafür. Wobei, den könntest du dir noch leisten. Ja, super. Kannst schon mal die, äh, die Einäscherung, äh, äh, die ersparen, weil du pleite bist. Leck ich mich einfach rein. Ich muss ehrlich sagen, so Sofa-mäßig und Couch-technisch finde ich nichts cool, außer die eine. Und das ist mehr so Außen-Couch. Oh. Ich find ja die mit diesen... Gut, die ist aber tatsächlich einfach relativ... Die ist zu teuer. Ich weiß nicht, die einzigen, die mir echt gefallen, die sind für Außen. Meinst du, die ganz unten, die hipster Hacker? Ähm. Da musst du Technik-Guru sein, leider für. Die musst du erst freischalten, aber die finde ich auch am annehmen-Faßen. Was ist denn das? Ich find auch die ziemlich cool, neben dem, ähm, zwischen den beiden pinken Dingern. Die hier? Boah, ich hab Delay, warte. Ich warte. Ich warte, ich warte, ich warte. Oh, ich hab aber ganz schön hartes Delay, ey. Einmal refreshen. Ja, ich glaub auch. Gut, mal Zeit hier. Muss ich ja nicht mit angucken. Sechs Monate. Sechs Monate schon, Julie. Danke, 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 danke. Halbes Jahr ist schon. Äh, ja, die. Die find ich ziemlich cool. Ich würd's ja da hinten tatsächlich so ein bisschen reinstellen. So ne kleine Chill-Out-Area machen. Oder wirst du hier hinten eher so Schreibtisch und Büro-Ecke machen? Weil, für Chill-Out-Area wird's ein bisschen eng. Ja, ich glaub da eher dann so einen kleinen Schreibtisch rein. Okay, dann würd ich's mal passen auf. Aber die schaut von hinten irgendwie blöd aus, die Couch. Aber gut. Super. Weißt du, direkt erst mal zwei Werbe, äh, zwei Werbung reinklauen. Was? Was ist denn los auf Twitch auf einmal? Ich hab doch sonst nicht so eine Werbung gehabt. Vor allem Werbung eins von zwei. Ich schau mal, ob ich die vielleicht irgendwie so ein bisschen in einem Grau-Weiß-Ton bekomme. Das schaut gut aus eigentlich. Das ist zu dunkel. Das ist zu dunkel, ja. So ein Grau-Weiß-Ton find ich ganz gut von der Couch. Ist auch ein bisschen schwarz mit dabei. Oh, jetzt bin ich wieder da. Hier haben wir ja Sand ein bisschen drin, warte mal. So, näher. Wobei, ich glaub, der passt schon klassisch am besten dazu. So. Ja. Pack ich mal hier hin. Jetzt wird schon eng mit nem Fernseher. Ähm. Ich könnte ja noch nen Fernseh-Tisch kaufen. Ähm. Machen wir erstmal vielleicht was, was für nen Beruf gut wär. Ja. So nen Schreibtisch. Ich nehm einfach mal so nen klassischen Holzschreibtisch. Ja. Und dann ganz einfach nen Büro-Stuhl. Kriegen wir noch nen Computer? Ne, wir kriegen keinen Computer mehr. Aber ein Bücherregal. Bücherregal kriegen wir noch. Gut, 216. Junge Namen, sie sind pleite. Okay. So, pass auf. Aber da wir ja was fürs Geld machen müssen, gehen wir aufs Handy. Direkt als erstes. Ja. Wir machen, ähm... Wir könnten ne Tierklinik kaufen. Ne. Einen Job suchen. Was für nen Job möchtest du denn haben? Warte. Junge. Die braucht ein bisschen länger. Astronautin. Möchtest du im Business arbeiten? Entertainerin. Freelancerin. Da kannst du eine digitale Künstlerin oder Schriftstellerin oder halt auch Programmierer werden. Geheimagent. Leckermaul. Maler. Schriftsteller. Also angestellter Schriftsteller. Sportler. Stil-Influencerin. Technik-Guru. Verbrecherin. Und der Rest sind Teilzeitjobs. Ich find ja Malerin oder Schriftstellerin halt ziemlich cool. Als Angestellter oder freiberuflich? Freiberuflich wird schwierig ohne Laptop. Stimmt. Wir könnten auch Schriftstellerin erstmal so als Beruf machen. Ja. Dann ein paar Tage ein bisschen Geld zusammen, weil du musst ja eh schreiben. Und wenn du möchtest, können wir auch so dann freiberufliche Schriftstellerin machen, aber nicht freiberufliche Schriftstellerin. Dass du sozusagen von deinen, du kannst dann als selbst Bücher veröffentlichen und dann von den Tantiemen leben. Oh, geht Malerin aber auch? Malerin geht, ja Maler geht auch, aber da kannst du halt dann später nur immer, wenn du ein Bild malst, das dann verkaufst, dann bekommst du Geld. Von der Schriftstellerin. Ja, ne, dann über Schriftstellerin. Schriftsteller, also dann irgendwann von den Tantiemen lebend sozusagen. Okay. Ja. Haben wir. Deine Tagesaufgabe für den Beruf ist es erstmal, Buch zu lesen. Und das machst du. Ich muss dir nicht mal sagen, du hast jetzt kein wirkliches Buch gelesen. Lesen. Angel sie dir. Wir lesen einfach mal das erste Buch. Angel sie dir, wenn du schon Hunger hast. 20 Sekunden im Spiel schon Hunger. Hey, sie isst mir ganz schön ähnlich. Quatsch. Also das. Also. Hunger und danach am besten direkt aufs Klo. Das was. Was? Das was du liest, lese ich den. Was du isst an einem Tag ist bei mir Frühstück. So, wir lassen mal die erste Nachbarin kennen. Du meinst wohl, was ich in der Woche esse, ist bei dir Frühstück. Das kommt auch hin, ja. So, aber du hast Hunger. Abendessen servieren. Grillkäse, Gemüse, Teigtaschen, Gartensalat und Macaroni mit Käse. Oh, Macaroni mit Käse. Okay, Macaroni mit Käse. Die erste Nachbarin ist schon gekommen, um dich zu begrüßen. Oh, super. Da habe ich sie gar nicht mal hereingeholt und Hallo gesagt. Es könnte passieren, dass ich übrigens dann auch spazieren gehe. Also, jeder, der in der Nachbarschaft ist, läuft dann auch mal im Haus vorbei oder klingelt da mal oder sowas. So, äh. Weglegen. Die Macaroni mit Käse lege ich mal in den Kühlschrank. Damit sie nicht schlecht werden. So. Dann unterhalten wir uns einfach mal wieder. Du hast gerade an dir geschnüffelt, aber du bist... Geil, du hast dich frisch geduscht. Weißt du, was wir vergessen haben bei dir? Aber dafür haben wir gerade kein Geld. Hm? Lampen. Oh, ja, stimmt. Es ist dunkel. Ähm, vielleicht haben wir Lichter vergessen? Ja, gut. Das passiert da mal. Guck mal, unser Besuch. Der steht einfach im Wohnzimmer rum. Hat sogar mal kurz aufgeräumt. Wunderschön. Ja, gell? Das ist sehr beruhigend, fremde Personen, während man schläft, im Haus zu haben. Ist sicher nicht ganz fremd. Sie hat immer... Ihr habt eine Stunde geredet. Okay. So, äh... Ist unberechenbar. Deine Sims durchleben eine vollkommen unvorherrere Achterbahn der Gefühle. Oh, das passt sehr gut. Okay, du bist aufgemacht und erst mal kokett. Nee, das passt ja noch besser. Was war denn das für eine Reaktion? Okay. Das mache ich jeden Morgen. So, was hast du als Lebensziele? Habe einen Freund oder mehrere. Geh zu zwei Verabredungen. Das ist dein Lebensziel gerade. Perfekt. Ähm, du kennst aber erst einen Menschen. Oh. Die Elisa. Ja, was soll ich denn machen? Sie schläft noch. Super. Ich wollte sie gerade... Meine Stimme verstellen. Äh, was für Stimme wünschst du dir, Julie? Was für Stimme wünschst du dir? Irgendwas. Ich lass mir was einfallen. So, also. Du hast Hoga. Das klingt jetzt irgendwie doof. So, pass auf. Wir echnen jetzt erstmal die Rechte von gestern. Die Stimme des Characters. Das kriege ich nicht hin. He, 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 he. Muss mal aufräumen hier. Das kriege ich auf keinen Fall hin. Ich quatsche einfach mal irgendwie ein bisschen. Ich verstehe hier irgendwie durchgrüßt mich schon hin. So, Xenia, du hast mal leid. Du hast leider echt kein... Kein Computer. Ich würde ja echt Computer geben, aber... Wobei, du kannst zu dem reichen Typen nebenan gehen, der in der Nachbarschaft wohnt. Er hat Auftragsarbeiten für 7.000 bis 8.000 Dollar. Bei uns ist es verdammt warm, Alter. Also wirklich, ich denke, ich gehe drauf. Oh, guck. Da, wenn man vom Teufel spricht, da ist der reiche Typ von nebenan. Komm, Julianchen erstmal kennen. Du hast es kennen, du hast rausgefunden, dass ich ein ganz romantischer Typ bin. Na, kann man doch direkt einen schmutzigen Witz erzählen. Über Lieblingsschriftsteller reden. Ich bin nicht... Ich kann nicht auch schreiben. Fürs Kommen tanken. Ähm... Über Veränderungen in der Nachbarschaft reden. Naja, das gibt's nicht. Von Hund schwärmen. Wuff, wuff. Also, ich hab gehört. Du fragst mal, ob ich Single bin. Also, bei mir ist auch... Bist du Single? Ich gehe mit jemandem. No, tut mir leid gesehen, ja. Aber es ist ja nicht schlimm, du darfst ja trotzdem flirten. Während ich einfach an deine Küche rangehe und was ess. Alles klar. Gleich mal geh vorab. Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Hä? Ich hätte auch nichts anderes von dir erwartet. Während... Ohne Mist, du sitzt da und flirtest mit mir. Ich stehe auf und gehe am Kühlschrank. Das könnte so realistisch sein. Das harmoniert total. Das harmoniert total. Zweiter Versuch. Willst du nochmal mit mir flirten? Ohne Mist, du fragst jetzt erst mal nach meiner Note. Ich gehe einfach... Ohne, ich bin nur in den Garten gegangen. Xenia, soll ich nochmal mit mir flirten? Ich höre dich nur ganz schlecht. Roboter. Okay. Xenia, tut mir leid, aber du bist gerade beschämt. Boah, ich höre nur Roboter. Besser jetzt? Ja, jetzt ist besser. Ich hatte gerade ganz, ganz hart schlechten Empfang. Vom WLAN. Ich muss mal den wieder gut machen. Ich habe nämlich... Vielleicht habe ich gerade dich fragen lassen. Mich nach der Nummer. Und ich habe dir in den Korb gegeben. Sorry. Xenia? So. Einfach mal ein wenig quatschen erst mal. Ich glaube, Xenia ist nämlich... Gerade halb rausgeflogen. So, wir quatschen einfach mal so ein bisschen freundlich. Das kriegen wir wieder hin. Yep, ich glaube, da ist jemand rausgeflogen. Ja, da ist jemand rausgeflogen. Rekki, Chef Marmoo. Äh? Jetzt. Wie jetzt? Hm? Du musst in irgendeinen Channel springen, sonst kann ich dich nicht reinziehen. Jo, ich... 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 Ich lasse einfach stehen. So. Du, 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 du. Ich habe auch mal kurz die Voice Channel im Bit... Ah, guck mal. Ich ziehe dich zu mir. Hallo? Discord? Weiter runter. Weiter runter, noch ein bisschen. Ich glaube, hier haben wir einen. Och, komm. Warte. Äh... Verschieben zu Croc Studios Live. So. Du warst gerade eben noch nicht im Channel. Ich hoffe, das geht jetzt. Xenia? Mit Freunden reden? Ähm. Und da ist sie wieder weg. Wir warten mal kurz wieder, damit die Dame, die denn auch gespielt wird, gerade kommt. Tü, 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 tü. Oder wir spielen einfach mal noch ein bisschen weiter. So. Sie liest ein Buch. Hm. Heiß... Nee. Heiß Society. Nee, 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 nee. Das muss nicht sein. Doch nicht Heiß Society. Aber du... Du liest oft ein Buch. Äh? Ich warte gerade drauf. So. Ich warte einfach mal. Alter, bei uns ist... Bei mir ist es warm wie Sau. Weil Xenia auch. Die schimpft schon den ganzen Tag nämlich. Dass es warm ist. Inspiriert. Hoffe, du kommst gleich wieder. Ich gucke gerade mal. Bist du im Channel? Du bist nirgends gerade hier. Ich habe einen Discord, spielt gerade echt. So. Du, 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 du. Genau. Geschlafen. Was ist denn er? Was ist denn er? Okay. Komisch. Creepy. Hilfe. Ich beobachte mal in den Discord ein bisschen weiter. Falls hier jemand gleich irgendwo hinkommt. In irgendeinen Channel kommt. Dann sehe ich das. Oh, du, du. Oh, oh, oh. Erstmal was essen. Dann aufs Klo gehen. Und dann duschen. So. Machen wir mal ein schnittes. Bisschen Geld brauchen wir. 800. Dann können wir den Computer machen. Und da können wir eigene Bücher schreiben. Für sie. Das war ja so ein bisschen der Plan. Den wir hatten. So. Könnte man nicht irgendwie das ändern, wie man arbeiten will? Mal so. Apropos, wann gehen wir endlich mal arbeiten? So, ich gehe nochmal kurz in Discord und schaue nochmal kurz. Äh. Geht's wieder? Mal kurz schauen. Mal kurz nachfragen. Wann musst du denn arbeiten? Von 11 bis 19 Uhr. Ha. Warte. Ja. Okay. Ich gehe wieder irgendwo. Äh. Verschieben nach. Proc Studios live. Benutzer wurde in einem ausgewählten Kanal verschoben. Wunderbar. Hi. Alter, mich hat's ja gerade komplett rausgehauen. Mein Handy hat sich so hart aufgehängt. Ich musste erst mal neu starten. Uh. So, du musst jetzt gleich in die Arbeit. Du hast gleich deinen ersten Arbeitstag. Marc. Oh, ich komme. Hä? Ich komme. Ich mach doch noch gar nichts. Ich hab dir den Korb gegeben. Das ist mein Handy nicht. Oh, ich hab, du warst vorhin einmal übelst beschämt. Oh nein. Was hast du mir angekommen? Du hast mich nach meiner Handynummer gefragt. Ja. Und ich hab nein gesagt. Und du warst voll beschämt. Oh, wie gemein. Jetzt hast du ja trotzdem. Ich weiß auch nicht warum. Weil das halt bei Simpsons so ist. Beschämst du mich einfach? Also sowas. Zu viele Fehler. Faulen. Nee, fleißig arbeiten. Leistungsverbesserung mittelgroß. Uh, du bist angespannt. Du bist angespannt. Uh, aber aus Leistung ausgezeichnet. Vielleicht kriegen wir gleich am ersten Tag eine Beförderung. Hab ich beim Technikguru gemacht. Erster Tag Beförderung und zack. Nein, hast du nicht. Doch, Schriftstellerassistentin. Ui. Ah, du bist nicht befördert worden, leider. Okay, Schriftstellerassistentin warst du schon. Du bist angespannt. Wie können wir denn, wir gehen erstmal duschen. Duschen hilft gegen den Frust. Jetzt hab ich auch nicht mehr so ein krasses Delay. Schreckliche Dusche, weil geduscht hat. Ach, weil die Dusche billig ist. Ich hab Ansprüche. Aber kein Geld. Ja, ja, das haben wir gern. Plaudern mit. Du darfst mit mir in Plaudern. Du rufst mich jetzt mal an. So. Jetzt redest du. Warum redest, warum stellst du dich hier vor die Dusche und redest mit deinen Freunden? Ähm. Da ist aber niemand. Äh, das glaubst du. Du hast vorhin im Schlafzimmer gestanden und hast auch mit deinen Freunden geredet. Das sind die Stimmen in meinem Kopf. Ich rede mit mir selbst. Ja, das glaub ich aufs Wort. Ja. Das mach ich auch tatsächlich im Real Life. Ich rede viel mit mir selbst. Echt? Ja, ganz, ganz blöde Angewohnheit. So. Aber man braucht ja auch mal eine kompetente Meinung. Dann fragst du dich selbst? Ja. Hallo? So, äh, du musst aber trotzdem ein Buch lesen. Äh, keine Ahnung. Wir lesen Pudding im Orbit. Aber das musst du immer machen. Du hast immer so Tagesaufgaben für den Beruf, den du erfüllen musst. Ja. Wobei du irgendwie gefühlt nie arbeiten gehst, sehe ich gerade. Ja. Oder Samstag bist du schon wieder nicht auf der Arbeit. So, jeden zweiten Tag musst du nochmal arbeiten gehen. Also Freitag, äh, Freitag, Sonntag, Montag, Mittwoch musst du arbeiten. Das ist wirklich jeder zweite Tag nur. Bis auf Sonntag, Montag. Okay. Und du hast noch kein PC. Ja. Also ich lass dich einfach mal alleine vor dich hinleben. Das geht schon. Du redest wieder mit deinen Freunden. Ja. Ja. So, äh, pass auf. Deine Lebensziele ist ja ein Freund haben. Oder eine Freundin. Ist das jetzt als Beziehung gemeint? Ah, romantisch. Okay. Plaudern mit. Wer ist denn hier Single? Elisa, komm, du schnappst die Elisa, oder? Waaat? Ja, ich bin vergeben. Super, jetzt zwingst du mich dazu, hier lesbisch zu werden. Wenn hier irgendwo mal ein anderer Typ rumläuft, vielleicht nicht. Und jetzt ist noch keiner rumgelaufen. Okay. Und der nächste, der einzig, der bei Trio sein. Super. Äh, wollen wir, komm, ich hab dich grad eingeladen, wohin. Komm, wir gehen grad zum Doppel- Wir gehen mal zum Doppel-Orakel. Ui, 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 ui. Ich weiß zwar auch nicht, was das ist, aber... Was ist denn das Doppel-Orakel? Ach, das ist mein... Hey, du bist bei mir zu Hause. Okay. Also, erst beschämst du mich und dann lädst du mich zu dir nach Hause ein. Ja, ich sitz am PC und auf der Couch und liest ein Buch. Gut, das könnte auch der Realität entsprechen. Ne, ich hock am PC und zock. Ja, und ich lese. Und du liest ein Buch. Jetzt hab ich schon gedacht, vielleicht interagieren die zwei mal miteinander. Nö. Nö, du schnappst dir das nächste Buch und liest es. Denkst dir, oh, schöner Fernseher. Jetzt stehst du einfach da. Komm, ihr müsst mal miteinander, äh, hier ein bisschen nach Tag fragen. Komm, ihr müsst mal ein bisschen unter- interagieren. Schmutzigen Witz, keine Ahnung. Über Grundbesitz plaudern. Keine Ahnung. Quatsch mal ein bisschen miteinander. So freundliches Zeug aber nur. Fesseln der Geschichten erzählen. Ich glaube, mein Wohnzimmer ist zu groß, deswegen können die zwei nicht miteinander quatschen im gleichen Zeitraum. Ja, so groß ist mein Wohnzimmer auch noch nicht. Also, ich hab jetzt halt angefangen, so nach und nach so ein bisschen das Zeug, äh, einzurichten und zu dekorieren. Also, ich hab alles fertig, bis auf, äh, Küche mit Esszimmer. Bis jetzt. Mhm. Die Küche sind teuer, vor allem, wenn ich so, wie ich sie einrichten möchte. Okay. Komm, du gibst, du, du verschönnest mir den Tag. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie, ein Kompliment machen. So. Tiefgründige Unterhaltung. Haben wir auch schon geführt. Ui. So, ich würd sagen, ich will's trotzdem mal ausprobieren. Jetzt zockst du. Super. Und ich wein. Oh. Warum hab ich geweint? Danke für den Follow, Sandy. Äh, warte, 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 warte. Ach so, stopp, ich muss ja dich anklicken. Ich muss ja mich anklicken, nicht dich. Ich denk mir grad, warte, hä? Das geht, warum geht das nicht? Mach doch mal. Oh, gleich, boom, Minus. Okay, es geht wirklich nicht, wenn du vergeben bist, anscheinend. Wusste ich nicht. Wollde ich jetzt halt wirklich mal. Jetzt bin ich wieder beschämt. Ja, warte, warte, warte. Das kriegen wir hin. Ich frag, ich frag mich einfach, ich, einfach so ein bisschen. Guck, jetzt bist du wieder glücklich. Okay. Nee, doch nicht. Jetzt bist du wieder beschämt. Ja, toll. Aber das sollte ich eigentlich hinbekommen. Bitten sich dem Haus anders an. Nee, 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 nee. Was können wir denn hier so ein bisschen? Ich drück einfach auf Kennenlernen, keine Ahnung. Aber früher konntest du in den alten Sims, nämlich immer, auch wenn jemand jetzt zum Beispiel vergeben war, trotzdem mit ihm quatschen. So ein bisschen. Ich glaub, ich bin einfach... Und du stehst einfach bei mir im Bad und sprichst dir selbst gut zu. Okay. So, ich würd sagen, wir gehen nach Hause. Ich progne mich schon wieder da und zocke. Weil du bist müde. Sehr gastfreundlich. Du dürfst jetzt meine Haus betreten. Das reicht doch schon. So, ab ins Bett mit dir. Okay. Aber alleine. Wir haben... Hier ist noch kein Typ rumgelaufen. Der gibt dir mal ein bisschen Mühe hier. Warum ich? Ich bin vergeben. Du steuerst mich. Ja, wo soll ich mir denn hier einen Typ aus dem Arsch ziehen? Das weiß ich nicht. Wenn hier keiner rumläuft. Nicht. Hier läuft halt wirklich keiner. Hier, wieder ein Mädel. Guck. Du Weiber. Soll man denn da glücklich werden? So manchen... Manchen... Die wollen eher das andere Geschlecht. Aber... Ich schau einfach mal ein bisschen auf die Nachbarschaft, wenn da mal irgendwer rumläuft. Oder die Straßen... Wer war das? Okay, da ist es ein Rentner. Den willst du nicht? So schnell kann es gehen. Ach ne, Rentnerin sogar. Die läuft quer über deinen Garten. Da ist einer! Der ist sportlich! Freundlich vorstellen. Ne. Ne. Nimm... Komm! Pablo, bleib steh! Komm! Hm, er ist dieses Bond. Ich... Weißt du... Jetzt hab ich hier ein gedacht, der wäre was für dich. So ein Pablo. Ne, aber so ein Geek bleibt da ja stehen. Der heißt auch Jeffrey? Mir geht es im Moment nicht besser. Dass die Typen weglaufen. Oder nicht da sind. Ja, ja, ja. Bei mir sind es die Damen. Die schauen mich an, fangen schreien an und rennen einfach. Ich weiß auch nicht warum. Nach sechs Jahren gewöhnt man sich aber dran. Ja, super. Also eigentlich habe ich ja auch eine Cam an, aber da es einfach warm ist und ich hier sich mein Büro doch sehr aufheizt, habe ich wenig an. Daher gibt es auch keine Cam. Guck mal, ich rufe wieder an. Nachdem ich mit dir gesprochen habe, hatte ich das Gefühl, dass es besser wäre. Dominic Fries nicht mehr. Okay, wer ist Dominic Fries? Aber jetzt rufe schon wieder ich an. Nein, nein, ich gehe nicht zu dir aufs Grundstück. Also, du gehst nicht zu mir aufs Grundstück. Das endet wieder in... Ich sitze da und muss zocken. Ich meine was im C... Achso, ich meine im echten Leben. Bei mir. Könnte sein, dass du befördert wirst. Oh, okay. Ja, du hast den Haken bekommen. Oh. Von der Arbeitsleistung her. So. Da hast du die Beförderung. Jetzt... Jetzt bist du Blockerin und hast 1000 Dollar. So, ich habe gehört, du möchtest einen Laptop haben, oder? Ja. Oder den... Sagen wir erstmal... Den... Den viereckigen Kasten der... Da mit Tasten. Okay. Das würde besser passen. Weil wir brauchen auch... Du brauchst auch die Schreibfähigkeit auf 2. Das heißt, wir gehen auf Schreiben und schreiben einfach mal irgendein Buch, oder? Ist ja egal, was für eins. Ja. So, ein Kinderbuch. Pit, der Dachs. Das ist ein Kinderbuch. Ich ändere die Beschreibung nicht, weil mir fällt mir bestimmt nichts ein. Ich habe ja schon Probleme, mir irgendwelche Website-Namen einzufallen zu lassen und dann kommt dann X-Sims da raus. Oder Simstube. Das hätte man aber erwartet. Simstbook. Simstagram. Also mir fällt einfach nichts ein. Ich bin so unkreativ. Mensch, was machst denn du schon wieder da? Lass die Dame in Ruhe. Willst du dir noch einen Korb geben, Alex? Dennis. Ich stehe einfach vor der Tür. Möchtest du mir also wieder Schmerz bereiten, ja? Mit Beschämen. Ich... Ja, tatsächlich. Immer. Merk schon. Jetzt habe ich schon wieder Werbung. Warum habt ihr so viel Werbung? Irgendwas habe ich gesehen tatsächlich, dass da war. Ja. Aber ich habe es einfach mal weggedrückt. Ich habe mir nichts eingestellt und ich weiß nicht mehr, wie ich in die Einstellungen komme. Nee. Ich habe vorhin mal geguckt, wie du rausgeflogen bist. Irgendwas mit Werbung war da. Aber ich möchte tatsächlich gar nicht so oft Werbung haben. Es sind auch immer zwei von zwei Werbungen. Also du hast echt lange dann teilweise. Jetzt bin ich wieder da. Ich gucke noch mal. Warte mal. Äh, hier. Das habe ich heute... Ich habe es heute schon irgendwo gesehen. Das hier... Äh, warte mal. Jetzt gucke ich mal. Werbefreie Wiedergabe. Habe ich an. Das bringt es nicht. Ah, hier. Werbungszeitplan. Warte mal. Jede halbe Stunde. Kann ich den ändern? Den kann ich nicht ändern. Na doch, hier. Ha, guck. Ich kann draufklicken. So, Abstände eine Stunde. Das ist das Maximum, was ich schon machen kann und 30 Sekunden ist das Minimum, was ich mache. Alter, ich kann euch drei Minuten Werbung geben. Alter. Also ich kann nur... Auf eine Stunde machen Abstand und 30 Sekunden. Okay. Speichern und hinzufügen. Ja, und wo hinfüge ich das jetzt hinzu? Also hat er das jetzt gespeichert? Also er gibt mir hier irgendwie ins Hinzufügen-Menü, aber das finde ich nicht, weil da bin ich heute nämlich schon mal so ein bisschen hängen geblieben. Oder das letzte Mal schon ein bisschen hängen geblieben. Mhm. Vorhersagen hostet dich Werbungsmanager. Alter, ist der riesig. So funktioniert's. Okay. Weiter. Lass dich vorwarnen. Okay. So, Werbung drei von drei. Nee. Hä? Aber ich hab den doch jetzt runtergestellt. Ich will gar nicht... Nee, warum ist denn der jetzt schon wieder so weit oben? Ich hab den doch nach auf eine Stunde gestellt. Das hatte ich hier nicht die Probleme. Ich hab auf Speichern gedrückt, dann hat er gesagt hinzufügen. Dann hab ich den Werbungsmanager hinzuge... Hallo? Hinzugefügt gehabt. Ja, jetzt muss gleich wieder eine Werbung kommen. Aber ich kann die nicht... Ich kann die nicht... Ich kann das nicht ändern. Werbung beginnt in... Keine Ahnung. 32 Sekunden. Werbung pausiert für... für fünf Minuten. Die kann ich einmal für fünf Minuten... Äh... Kann ich nur eine... Jede Stunde einmal pausieren für fünf Minuten. Ist ja doof. Ist ja voll doof. Warte mal, jetzt geh ich da noch mal rein. Ha, jetzt hat er es übernommen. Also eine Stunde, 30 Sekunden Werbung. Das ist im Minimum, was ich ein... Oder Maximum, was ich einstellen kann, leider. Okay. Die Werbung geht gleich los. Zeig's mir an. In vier Minuten 46. Find ich doof, tatsächlich. Aber gut. Naja. Okay. So. Gut. Äh... Musst du jetzt eigentlich mal wieder arbeiten? Ja, du musst heute nochmal arbeiten. Das heißt, es ist nochmal Geld. Du musst aber auch ein Buch lesen. Lesen. Die Problemscheune. Oder in den Garten gehen. Ich glaube, ich habe mich verklickt. Also, ich würde sagen, wir machen aber auch gar nicht mehr so lange. So zehn Minuten noch. Würde ich mal behaupten. Dann machen wir Schluss für heute. Das passt ganz gut, weil ich muss dann auch irgendwo arbeiten ins Bett. Ich muss Montag ganz früh raus. Ich auch. Ja. Ich muss mich echt wieder in meinen Schlafrhythmus reinprügeln. Ich auch. Wann musst du Montag aufstehen? Fünfe. Tito. Daher. Yep. Ich habe trotzdem heute viel zu lange geschlafen. So, ich gucke mal kurz. So. Du gehst arbeiten und die Rechnung kam. So. Rechnungsinfo anzeigen. 832 musst du Miete zahlen. Beziehungsweise jetzt erst einmal 413 und du hast 202. Ja, gut, dass du heute arbeiten gehst. Gut, dass du heute arbeiten gehst. Da kommt noch mal ein bisschen Geld dran. 32 die Stunde verdienst du. Oh, okay. Du hast drei Urlaubstage. Ich würde sagen, wir bezahlen mal die Rechnung. Dann haben wir noch 52, aber dann haben wir wenigstens nichts mehr offen. Und ich würde mal sagen, einfach weiterschreiben. Pit, der Dachs. Das ist vielleicht so langsam anfangen, ein paar Tantienemen zu kommen. Ja. Das ist auch schon fast fertig, das Buch. Während ich wieder anrufe. Nö. So. Dein Buch ist fertig. Dann müssen wir auf den Brief klicken, selbst veröffentlichen und Pit, der Dachs. Das Kinderbuch wird veröffentlicht. Schup. Einmal duschen und einmal schlafen. So. Dann schauen wir mal, was rauskommt. Kinder hat ein eigenes Buch, wenn du sie damit richtig in einem Verlag verkaufst, hätte Kleinvieh die macht auch Mist. Okay, ich weiß nicht. Die Tantiemen kommen dann immer morgen oder so? Das dauert immer noch am Tag. Die kommen immer einmal am Tag. Schauen wir mal, was rauskommt. Nochmal, weil es anfangs... Da ist nicht so viel Tantiemen. Eier und Toast ist Frühstück. Kommt da leider nicht so viel immer raus. Ich gucke dir gerade beim Kochen zu. Ach du Scheiße. Du hast gerade den Pfannenbender als Schlagwerkzeug verwendet. So. So manchmal. Hä? Also manchmal. Nee, so festgebrannt. Das ist richtig massiv. So. Du musst ein Buch lesen. Ähm, keine Ahnung. Das erste Einhorn. Wieder mit dem Beruf. Du hast die Schleimfähigkeit erworben. Du kannst jetzt schleimen. So. Aber ich finde, das Haus ist eigentlich ganz gut geworden. So ein bisschen. Dafür, dass man doch anfangs noch sehr begrenzte Mittel hat. Ja. Mal schauen, wo sich dann das alles ein bisschen hin entwickelt. Vier Dollar Tantiemen. Gute Nacht. Nachtlicht, würde ich mal sagen. Schreiben wir aus dem nächsten Buch. Vier Dollar Tantiemen. Naja, das sind vier Dollar. Dafür, dass noch keine Schreibfähigkeit da ist. Ja. Oder halt wenig. Ist akzeptabel. Kleinvieh macht auch Mist. Richtig. Richtig. Es wird ja immer mehr. Ich sehe gerade in 2. 1 ist Werbung. Ich habe das jetzt wirklich mal aufs Maximum geschraubt. So. Levelaufstiege. Schreibfähigkeit erhöht. Ich glaube zum Schluss kann man echt viel Geld damit verdienen. Ja. Ich weiß beim, beim, also ich habe es nie wirklich durchgezogen, sowas. Mhm. Ähm. Muss ich ehrlich sagen. Aber. Ich weiß, als Freelancer kannst du echt viel verdienen. Ja. So, dann guck mal, dein nächstes Kinderbuch ist fertig. Veröffentliche ich doch gleich mal. Ja, ich spiele meistens in Zeitraffer. Mhm. So. Kurzgeschichten kannst du jetzt auch veröffentlichen. Da ist ein Kerl. Soll ich in dir krallen? Ach, das ist wieder Jeffrey. Jeffrey ist aber ein Nerd. Und da steht ein anderer Nerd daneben, nur mit roten Haaren. Super. Das sind beides Nerds. Also zumindest schaut er ziemlich nerdy aus. Oh, hier wäre einer nach deinem Geschmack. Xenia, hier wäre jemand für dich. Schaut grimmig, ist etwas älter. Vielleicht könnte er reich sein. Vielleicht hast du bald eine Erbe. Ja. Oh Gott. Und wie der vorbeistampft. Also okay, ältere ja, aber das ist so alt. Ja, vielleicht stirbt. Xenia. Eine lange Nacht. Und er stirbt vielleicht am Herzinfarkt. Und du erbst. Da komm ich schon wieder. Und natürlich klingel ich bei dir. Ja, komm halt. Was willst du denn auch von mir hier? Komm halt rein. Guck mal, ich komm. Du bist direkt angespannt. Ja, ich merk schon. So. Erstmal was essen. Es macht glücklich. Ja, und du gehst jetzt mal bei mir an den PC zum Zocken. Hey. Okay. Okay, dann reden ich mit mir. Ich wollte gerade, dass ihr zwei miteinander redet. Nö. Nö. Ihr hockt einfach da. Jetzt reden sie. Haben eine lockere Unterhaltung. So. Ich würde mal immer jeden Sim von euch, die ich dann so ein bisschen erstelle, so bis zu einem gewissen Punkt erstellen. Wo halt sozusagen die Sims weiß ich nicht, wo sie sagt, du kannst nicht mehr viel machen, Haus ist gemacht, Job verdient gut Geld und sowas. Ja. Und danach einfach mal gucken. Mhm. Das ist schön. Ich muss los. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich war nur bei dir am PC gehockt. Wir haben zwei Sätze miteinander gewechselt. Ich glaube, mir gefällt es zu Hause nicht. Kann das sein? Ich merke schon. Du hast Hunger. Erstmal was essen. Reste nehmen. Aber du gehst automatisch immer zum Buch lesen. Hm. Das ist schon direkt so verankert. Du stehst früh auf und erst mal direkt zum Buch lesen. Feurige Fiktion ist übrigens das Buch, was du gerade schreibst. Oh. Oder Kurzgeschichte. Okay. Macht mich auf jeden Fall glücklich. Ja, wer weiß. Vielleicht geht es ja um Brandschatzen und keine Ahnung. Oder um eine heiße Liebesgeschichte. Das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, Liebesgeschichte kann man auch noch separat auswählen. Uiuiui. So. Buch veröffentlichen. Selbst veröffentlichen. Heiße Fiktion. Eine Sammlung von Kurzgeschichten. Okay. Warum erschrickst du dich von nichts? Du hast dich gerade von nichts erschrocken. Jetzt stehst du da und guckst einfach ein Bücherregal an. Okay. Nichts gesagt, du hast dich bewegt. Du sitzt am Computer. Äh. Ich habe einen Ring an der Tasche von Candy gefunden. Ich glaube, sie will mir einen Antrag machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was soll ich sagen? Ja. Nein. Stimmt. Candy ist ja meine Freundin. Mhm. Das sollst du wirklich selbst entscheiden. Was will ich? Ich weiß es nicht. Was ich will. Ich möchte, dass du dafür mich entscheidest. Aber offensichtlich kann ich bei wichtigen Entscheidungen, die nicht unmittelbar betreffen, nicht auf dich zählen. Ich denke, dass du mich im Stich lässt, Xenia. Toll. Super. Danke. Ich kann einfach nicht auf dich, Xenia. Wirklich. Ich kann einfach nicht auf dich. Bei solchen Entscheidungen. Es tut mir so leid. Nächstes Mal frage ich die Wand. Oh Gott. So. Ich würde sagen, wir sch... Ah, du hast ein Thema gekriegt. Zwölf Dollar insgesamt. Oh. Drei Dollar für Pit. Drei Dollar für die Gute Nacht. Und sechs Dollar für die Feurigen. So. Wir speichern. Und gehen ins Hauptmenü zurück. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Morgen gibt es auch Streamchen. Ich würde sagen, erstmal ein bisschen Genshin. Mal schauen. Vielleicht ein bisschen Control und ein bisschen Sims. Mal gucken, wie morgen der Tag sich ein bisschen ergibt. Voraussichtlich wird es erst Richtung Abend werden. Wenn ich die Sims raushol. Mal gucken, weil ich muss ja auch wieder zu den Eltern. Dann schauen wir mal. Erstellen wir vielleicht... Dann kommen wir mal unten. Danke. Vielen Dank.